Hallo Leute, herzlich willkommen Freunde zu einer weiteren leckeren Folge. Heute haben wir so ein Stream Best-of. Wir haben gestern ge-lifestreamt nach langer Zeit und haben heute so ein kleines Best-of davon, weil wir richtig nice haben, richtig geile Sessions gehabt. Auch Nasty war auch dabei und wir wollen heute und in dem Livestream wollen wir heftig gestreamt, Freunde. Und zwar von eigenen Leuten aus dem eigenen Team. Leute, ganz eklig. Trunks hat uns richtig... Und zwar hat uns einer der besten Controllerspieler, und zwar Apokalutho Trunks, den ganzen Stream-Snipe, der dreckige Kampf. Jedes war in unsere Hobby-Reihe. Heftig aktiv. So Freunde, beim Item-Shop, wir haben Valkyre hier am Start. Wir haben hier Frostschwinge, Lace von meiner Meinung nach ein richtig nicer Skin. Guck mal hier alleine, der Stilforscher auch hier. Ich fand den Skin schon vorher cool, aber hier mit den Versionen, das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites aktuell. Also mein Favorit, der gerade im Shop ist. Und sonst halt, ja, so ein paar typische Standard-Skins, wie man sie halt nicht anders kennt, auf jeden Fall. Freunde, wenn ihr was holen wollt, ihr wisst, mit dem Creator-Code Red Summer habt ihr automatisch ein bisschen mehr Ehre. Einfach annehmen, und dann kommt der Haken. Zack. Jetzt werden also ein paar Leute eingeblendet, die sich was mit dem Creator-Code Red Summer was geholt haben. Ehre geht raus an alle. Natürlich kennt jeder von euch auch hier in so einem Video dabei sein. Man muss einfach nur was mit dem Creator-Code Red Summer, was im Shop sneaken und mich auf Instagram markieren. Dann hat sich der Hase schon, Freunde. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go, das heißt ja. Was in dieser Folge geschehen wird. Okay, guck mal, sieht schon sehr gefährlich aus, der ganze Nationalmannschaft landet hier. Wir hatten eine Rechnung offen, John Wick. Wir hatten eine Rechnung offen. Hä? Trucks? Trucks haben mir einen Kaden geklaut. Weiter, schweig da hin, schweig da hin. Guck mal, es hat sich gerettet. Komm schon. Dreckiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Nein, 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 nein. H-A-P-O-R-E-D Da alle Echte, Digga. Okay, reicht doch wieder. Wo, 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 wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Kleiner Gernove. Wo ist der? Ja, da war so eigentlich so on. Man sagt, er schießt mit der ganzen Welt. Oh mein Gott, er kriegt Knacks. 360, ich schweig das. Oh, nochmal 360. Ich glaube, das ist es. Das ist es, Digga. Apo. Ey. Ich hab nur ne grüne Sniper, ich bin am Arsch. So, der ist weg. Scheiße, Mann. Digga, das meine ich, Digga. Wir haben uns beide gegenseitig getroffen. Er hat die Barrett, Digga. Ich hab so gut gespielt. Ich hab so fucking gut gespielt, Digga. Ich hab so gut gespielt, sei ehrlich. Okay, guck mal, sieht schon sehr gefährlich aus, Digga. Ganze Nationalmannschaft landet hier. Nein. Ja, träg den Mini. Genau, träg den Mini, du Digga. Träg den Mini. Oh mein Gott, ich krieg Knacks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Apoi ist der beste Spiel auf dem Universum. Auf dem Universum. Okay, dann reicht er wieder. Wir hatten eine Rechnung offen, John Wick. Wir hatten eine Rechnung offen. So, ich muss erst gucken, ne? Jeder, man muss immer auf jede Seite achten. Guck mal, da vorne hab ich gerade einen Gegner gesehen. Weg ist er. So, da will ich wahrscheinlich seinen Kollegen reviven. Der war gut, der war gut, der war Baba. Ich bin der beste Spieler auf dem Universum, Digga. Ich will nicht, dass wir auf die Idee kommen, überhaupt so reinzukommen. Ich will jetzt den normalen Eingang benutzen. Benutzt den normalen Eingang. Wir will den normalen Eingang benutzen, Freunde. Wisst ihr, was passiert? Ein Fallenschaden. Bang, bang, Digga. Dreckiger. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Er geht nicht rein, als würde ich schon wissen, was er abgeht. Nein, zwischen die Beine. Mag ich gar nicht. Hit. Hit. Nein. Nein, ich treffe ihn nicht. Apo, ey, ey. D. Ich mag noch mein NMG. Schwierig. Sehr schwierig, Freunde. Oh. Oh mein Gott, Sandwich-Situation. Sandwich-Situation. Uncool. Uncool. Ich schwöre bei Gott, uncool. Nein. Digga, dieses 2 gegen 1 ist halt echt nervig, Digga. Wo ist Nasty, wo man ihn braucht? Nasty, wo bist du? Es ist die Zone. Ich bin nicht das Problem, du Dreckiger. Ich denke da, ich bin direkt nach Afghanistan gefallen. Ah. Natürlich hat er 200 Leben, Digga. Ich bin jetzt gleich tot, glaube ich. Nein, Headshot. Scheiße, er hat getroffen. Nein. Ah, Digga. Scheiße, Mann. Nicht schlecht. Komm. Direkt, Alter. Jetzt machen wir 2 gegen 2, Digga. Oh, ich schwöre, dass es so overpowered, Digga. Wenn 2 Leute da sind. Hallo? 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 Ach so, mein Mikrofon ist gar nicht dran. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Okay, 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 okay. Ja, ja, hier. Ja. Ja. Ich habe eine Barrett. Ich habe eine in den Arsch geschossen. Oh mein Gott, eine Kugel. Ah. Oh mein Gott. Nein. Ich habe einen Goofy geholt, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Quicksoft, Digga. Oh. Oh mein Gott, guck jetzt. 360. Da oben, jetzt oben, oben, oben. Streamsniper. Er ist korrekt, er ist korrekt, er ist korrekt. Aber egal, er muss sich töten. Okay, okay, er darf leben. Nein, lass ihn nehmen, lass ihn nehmen, lass ihn nehmen. Hey, schieß nicht. Ah. Oh mein Gott. Gegner unter dir, gegner unter dir. Er ist gut, Digga. Er ist gut, du aufpassen. Au. Oh mein Gott. Schuss nachladen, mit der fette... Er riecht deinen Rücken, Rücken gebrochen. Digga. Du musst mal Rücken brechen. Wo ist er? Ich habe ihn tot. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt krank. Eigentlich schon, ne? Oh mein Gott, ich habe einen Streamsniper an, mit Pippe. Digga, voll die Streamsniper. Oh nein. Ey, der Pippe ist gut, Schupper. Er war hier. Ja, er wollte mir helfen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Hä? Hä? Trunks? Trunks haben wir in Kegelknot. Es ist wirklich Trunks. Trunks! Was? 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 Wo war der? Hackt der oder was? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Der ist doch ein Hacker. Der hat drei Leute vor mir. Digga. Ich glaube, der hackt doch. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Er war da vorne. Was, so ein Dreckiger. Ich war so Dreckiger. Du hässlinger. Ja, ich trappe ihn. Scheiße, wir haben ihn im Stream. Ich trappe dich nicht. Holt ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, ich kann das. Du musst Trunks vor den Häsling. Er deckt auch, er ist zwei. War gut eigentlich. Ich darf nicht springen. Oh, Pico hat zu meinem Gesicht geschmuckt. Du hässlinger. Die Jett, was mich so zerstört war. Trunks, du bist so hässlich. Trunks, du bist so hässlich. Wie kann man so hässlich? Ich glaube, ich renge durch den Fall. Ich weiß nicht, warum. Oh mein Gott, du dreckiger. So dreckiger, Digga. So einen dicken Shot gegeben. Meine gerade. Scheiß Palme waren auf dem Weg. Ah, Digga, direkt gestorben, Alter. Ich habe mir so einen Headshot in der Luft gegeben. No scope. Weißt du was? Ich bin jetzt die ganze Zeit hier. Okay, reicht auch. Ich komme, ich auch. Er weint gerade. Er hat so diese Weine in den Vibes. Mach sein Ding kaputt. Er will Minis schlocken. Digga, das Ding hat der Rudolf schon ausgehalten. Der wurde so geschlachtet, ne? Ja, mit dem BG. Nein! Nein, meins! Hilfe! Okay. Ich habe einen Zuschauer. Ja, ich bin nicht so fein. Oh mein Gott. Oh, ich habe gesniped ohne Scope. 150 Heavy. Er war in gerade. Komm mal, jetzt. Komm mal, ich muss jetzt mal gucken, wo er sich... Ich habe die Kugel gesehen. Hey, die Kokosnuss! Die Kokosnuss hat sich gerettet! Die Kokosnuss! Oh mein Gott, ihr Drecking. Ohne Scope, ich lehre das. Pressure, pressure. Du darfst dich nicht mal einmal erwischen lassen. Ich höre die Drehung so durch. Hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war gut, das war gut. Ich mag das nicht mit so viel Druck. Die haben, Digga, vollautomatische Sniper. Die haben vollautomatische Burials. Nein, er macht es, er macht. Ey, das ist doch kein Sniper-Modus mehr. Komm, lass sie rein! Lass sie dich holen! Nein, rein weg! Rein weg! Weiter, schweig da hin! Die haben getroffen, die haben getroffen. Weiter, weiter, weiter. Digga, deine Pose ist scheiße. Jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wird's für 60. Das ist, 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 das ist. Ah! Okay. Ich glaube, er wiederbelebt ihn, oder? Nein, geht gar nicht, geht gar nicht. Jetzt gibt kein Wiederbelebt. Ah, ne, er ist weg, ne? Okay. Hinter dir! Achtung! Ja, Mann. Jetzt hole ich wieder. Komm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin zufrieden, ich habe so Angst gehabt, gerade. Oh mein Gott! Was sind so gut? Was sind so gut? Ich schnapp mich jetzt. Holden, Skull. Ah! Aufheat zu weit links. Komm, jetzt, 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 jetzt. Der vorne, der vorne Skull ist safe. Der war richtig gut. Du kannst euch gegenseitig fighten lassen, dann holst du den Rest. Nee, ich will kills haben. Ah, wir kommen. Ah, ich musste es nicht wollen. Ich habe gerade noch so ein Peders gebaut, Digger. Oh mein Gott, die Pressuren, die Pressuren. Die müssen, die müssen der Letzte. Einzige, als der gegen eine Bombe ruft, dein Brot, doch vergiss mein Abi. Bopst deinen Abi. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich spiele sowas. Oh mein Gott, der war so close. Oh mein Gott. Ich wusste es, ich wusste es. Es war so... Versteig nicht, ne Mad-Kid, ne Mad-Kid, ne Minis, alles. Ah! Okay, okay. Hey, ich habe 19 Traps. Ja, Digga, Traps, man hat mehr Traps als mit Sniper-Muni gefühlt. Bitte, kein Double-Snipe, du Dreckiger, du Dreckiger, du Dreckiger. Ich gebe mir No-Scope mit Hand-Hand-Rifle und Sprung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin der F, den Sniper. Ich bin der F, den Sniper. Oh mein Gott, es war so knapp. Er hat in den Reikern unterdreht. Hol die Mads, hol die Mads, wie es geht noch. Egal, es versteht. Triple Sniper. Oh, Digga, es tut so weh, es tut so weh, du beim Zuschauen. Ja, jetzt guck. Oh mein Gott! Ah! 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 Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Da musst du auch mal selber trappen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, hier geht's! Ah! Ja! Ja! Schön, Digga! Nein! GG, Digga! GG! So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr denkt wahrscheinlich, ich wäre am liebsten auch beim Livestream dabei gewesen. Ja Freunde, gerade zu diesem Zeitpunkt ist der Livestream gerade online. Ihr müsst dann einfach nur auf den ersten Link gehen. Na ja, dann bin ich live auf entspannt bis, ich denke, so 23 Uhr bin ich dann live, Freunde. Seid am Start. Erster Ding, da beschreiben wir, wir sind live auf YouTube, nicht auf Twitch. Wir sind auf YouTube live auf einem anderen Channel. Ganz easy. Ihr müsst einfach nur auf den ersten Link drauf gehen und ihr seid am Start. Schreibt man dann einfach auch beim Livestream dann, hey, ich komme vom Video oder dir was geht ab, Apo, ID der Allerechte, damit ich Bescheid weiß, dass irgendwo wiederkommt. Okay Freunde, lasst auf jeden Fall alle einen Like da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Great Tech of Red Summer und kommt alle rüber zum Stream. Let's go!